Genau jetzt wo ich stehe, weißt du? Äh, was? Den muss ich jetzt weg! Das ist Top. Scheiße, hat jemand ein Taschentuch bei? Was? Für was? Ist dir alles draufgekommen? Ja, ich hab dir halt die Nutze voll. Hier. Das Nutzerknüll von gestern. Ja, das sieht geil. Ja, danke, da kannst du wieder haben. Ich hab mich beil. Ja, das ist schon krass. Jetzt? Ja. Ja. Was? Reg ich schon mal aufweichen? Ja. Wie? Reg ich schon mal aufweichen? Ja, genau. Mach mal auf. Ich hab auch einen. Ja, dann spannt mal auf, bitte. Genau. Ja, aber ich muss ja mal reinkommen. Ach doch, ja. Ich musste weiter nach vorne halten. Da ist die Linse. Ja, da ist die Linse. Ja, da ist die Linse. Ja, das ist das. Da ist die Linse. Ja, das ist so wackelig. Warum? Ich hab schon direkt gedrückt. Ja, das war's. Ja, ich war's. Ja, ich kann ja schon wieder sein. Das war's. Ich traurig schon nichts. Schade, dass ich jetzt keinen Käse bin. Ich traurig schon. Scheiße. Geht's ihm? Ein Schirmständer. Ich hielt noch auf stativen Schirmständen. Ja genau, da müssen wir da anpassen. Schirmstände halt. Genau, da fliegt nicht nur das Schirmdeck, sondern auch das Stativ. Mit Kamera! Dung, dung! Jetzt ist das eigentlich mit Putzen passiert. Scheiße! Das ist ein Zeug zieht. Da hinten kommt das blaue Licht. Ja, das sind ja auch Leute. Tschüss! Das ist ein Zeug. Das ist eine Zeug. Ja, das ist ein Zeug.